Bitcoin tradet unter den 67.000 Dollar und die Altcoins bluten immer mehr aus. Deshalb besprechen wir heute, wie viel schlimmer dieser Crash noch werden kann, wie viel tiefer wir noch fallen können und haben die ganzen High-Time-Frame-Preismodelle, welche uns viel höhere Preise versprochen haben, versagt. Das und noch vieles mehr besprechen wir im heutigen Video. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Crypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst doch gerne ein Like da. Dann lasst uns auch direkt mal mit einem Blick auf das Bitcoin-Stuck-to-Flow-Modell starten, welches eins der optimistischen Preismodelle ist und welches uns vorausgesagt hat, dass wir nach dem Halving anfangen, diese roten Punkte zu printen. Und eigentlich sollten wir nun in diese Parabole-Phase kommen. Nichtsdestotrotz haben wir nun einen sehr korrektiven Markt, wo die Altcoins zweistellig im Minus sind und dementsprechend viele nun Angst bekommen und Panik-Sale betreiben. Im Großen und Ganzen baut das Stock-to-Flow-Modell auf den Halbierungszyklen auf, welche dann dementsprechend zu einem Supply-Schock führen und das Stock-to-Flow-Modell alle vier Jahre runterbringt, weil der Mining-Reward für Bitcoin sich ja halbiert. Jetzt ist es so, dass die Einführung neuer Technologien, wie Bitcoin ja eine von ist, einer sogenannten S-Kurve folgen, einer logistischen Funktion, welches uns das rechte Diagramm hier zeigt. Und es ist so, dass das logistische Wachstum in den ersten 50% der Fälle exponentielles Wachstum erlebt, wie hier in dem gelben Quadrat gekennzeichnet und dann immer weniger wird. Dies bedeutet, dass der Bitcoin-Preis exponentiell steigen sollte, bis eine Akzeptanz von 50% erreicht ist. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wo wir uns denn jetzt auf dieser S-Kurve befinden. Wenn wir uns dazu mal dieses Diagramm anschauen, dann sehen wir hier unten die weltweite Akzeptanz von Bitcoin und diese liegt bei knapp 5%. Somit hätten wir noch 10x vor uns, bis wir die 50% erreicht haben sollten. Was im Umkehrschluss heißt, dass wir weiterhin exponentielles Wachstum für Bitcoin sehen sollten. Um eine Ahnung davon zu bekommen, wie dieses Wachstum von Bitcoin zu den 50% aussehen könnte, können wir uns mal das Total Global Asset Value Diagramm anschauen, welches momentan auf knapp 900 Billionen Dollar sitzt. Und wovon 330 Billionen in Immobilien stecken, 300 Billionen in Bonds, 120 Billionen in Geld, 12 Billionen in Gold und gerade mal eine Billion in Bitcoin. Wenn Bitcoin jetzt dementsprechend wachsen sollte, dann wäre unsere erste Station die 12 Billionen von Gold. Jetzt kommen wir aber noch einmal zu einer anderen Sache. Und zwar kennt ja mit Sicherheit jeder von euch die Bitcoin-Hiving-Zyklen. Also das 4-Jahres-Molden, nach dem sich so gut wie jeder am Kryptomarkt richtet. Und was besagt, dass wir normalerweise nach dem Hiving eine parabolische Bewegung nach oben sehen. Tatsächlich ist das allerdings nicht der einzig interessante Zyklus, der für den Kryptomarkt oder generell die Märkte von Bedeutung ist. Wenn wir uns nämlich mal den größten Markt der Welt anschauen, sprich den Immobilienmarkt, dann kann man sehen, dass auch die in einem sehr definierten Zyklus trenden. Und zwar in dem sogenannten 18-to-6 Real Estate & Economic Cycle. Und bei diesem Zyklus sprechen wir über einen, der sich aus über mehr als 200 Jahren an Daten ableiten lässt. Nicht wie am Kryptomarkt mit seinen gerade einmal 15 Jahren. Auf jeden Fall befinden wir uns laut diesem Zyklus an dieser Stelle hier, bevor wir dann in die Parabolephase gehen und unser Top im Jahr 2025-2026 finden. Wir sind also im Moment in der sogenannten Two-Years-Winners-Curs, welche sich auch für Bitcoin ausspielen sollte und welche ziemlich gut mit unserem eigentlichen Zeitraum für einen Top übereinstimmt. Jetzt konnten wir in der letzten Zeit sehr gut beobachten, dass der S&P 500 ein neues Allzeithoch nach dem nächsten gemacht hat und der Kryptomarkt nur so hinterherhängt. Wenn man sich jetzt allerdings mal den Lauf der Geschichte anschaut, dann ist es bis jetzt immer lediglich eine Frage der Zeit gewesen, bis Bitcoin wieder aufgeholt hat und dann die traditionellen Märkte ausperformt hat. In diesem Moment haben wir halt einfach das Problem bei Bitcoin, dass durch das Halving die Miningkosten ruckartig angestiegen sind und dementsprechend viele Miner in einem Verlust minen und kapitulieren. Ich habe euch ja letztens schon gezeigt, dass man anhand der Transaktion sehen kann, dass extrem viele Bitcoin von Minern verkauft werden und hier sieht man noch einmal schön veranschaulich, dass die Masse der Miner in einem Verlust minen. Die blauen Linien, das sind nämlich die durchschnittlichen Miningkosten und die orangen Linien, das ist der Bitcoin-Preis. Und hier sieht man ganz schön, dass der Preis für einen Bitcoin unterhalb der Miningkosten liegt. Das Ding ist jedoch, dass je mehr Miner kapitulieren oder auch einfach ihr Bitcoin verkaufen, um sich besseres Mining-Equipment zu kaufen, umso schneller nähern sich diese beiden Linien wieder an und sobald wir wieder sehen, dass das Mining durchschnittlich profitabel ist, also sobald die orange Linie wieder über der blauen ist, dann wird das dafür sorgen, dass eine enorme Menge an Verkaufsruck wegfallen wird und das wird uns definitiv das Breakup nach oben erleichtern. Auch wenn sich das viele Leute am Kryptomarkt momentan nicht mehr so richtig vorstellen können, denn das Sentiment am Kryptomarkt ist zumindest so, wie ich das mitbekommen habe, am absoluten Tief. Es gibt wirklich so viele Leute, die schon wieder das Ende des Bullruns voraussagen, dass das an und für sich für mich schon fast nach einem Boden klingt und eine gute Gelegenheit zu akkumulieren wäre. Einer, der auf jeden Fall niemals an der Performance von Bitcoin zweifelt, ist unser guter alter Freund Michael Saylor, denn dieser wurde in einem Interview gefragt, ob er Zweifel an der Performance von Bitcoin bekommt, nach dem ganzen Auf und Ab der letzten Zeit und daraufhin hat er nur geantwortet, dass er in seiner ganzen Karriere noch nichts so unaufhaltsames wie Bitcoin gesehen hat. Und er meint auch, was er sagt, denn erst hat er angekündigt, dass er Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen ausgeben wird, um damit Bitcoin zu kaufen. Und nur kurze Zeit später haben sie das Ganze sogar noch einmal um 200 Millionen Dollar erhöht. Heißt, sie wollen jetzt für 700 Millionen Bitcoin kaufen, was ja fast eine ganze Milliarde ist. Das ist richtig krass. Außerdem hat er nun auf der Prager Bitcoin-Konferenz prognostiziert, dass Bitcoin die 8 Millionen Dollar erreichen könnte. Jetzt sind wir uns natürlich alle einig, dass das mit Sicherheit nicht innerhalb der nächsten paar Jahre passieren wird. Aber was haltet ihr denn generell von dieser Preisprognose? Glaubt ihr, das ist möglich? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und denkt ihr auch an unser Gewinnspiel. Heute ist der letzte Tag, wo ihr daran teilnehmen könnt. Um daran teilzunehmen, müsst ihr lediglich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ein Like und Kommentare lassen. Viel Glück an dieser Stelle! Vergesst bitte außerdem nicht, euch ein VPN zuzulegen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das Ding ist nämlich, dass egal, ob der Preis jetzt nach oben oder nach unten geht, Was bringt euch das am Ende, wenn ihr euer Geld einfach verliert, weil ihr gehackt wurdet? Und das, obwohl ihr das schon durch so eine kleine Sache hättet verhindern können, wie ein VPN. Ich persönlich bin vor ein paar Jahren schon einmal gehackt worden und meine komplette Wallet wurde leergeräumt. Ich kann euch versprechen, das war absolut kein tolles Gefühl. Und ein Gefühl, das ich auf jeden Fall nicht wiederholen möchte. Weshalb ich seitdem wirklich extrem darauf achte, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit mir das einfach nicht noch einmal passiert. Und das Mindeste, was man einfach dafür tun kann, ist, sich am Kryptomarkt ein VPN zuzulegen. Vor allem habe ich euch einen mega guten Deal ausgehandelt, denn mit meinem Link unten in der Videobeschreibung, da bekommt ihr NordVPN für gerade einmal 3 Euro im Monat. Und es ist auf jeden Fall den Preis wert. Also wirklich ein kompletter No-Brainer. Aber lasst uns jetzt noch einmal zurück zu Bitcoin kommen. Hier möchte ich euch nämlich eine Sache zeigen, die finde ich immer mega gut veranschaulichen kann, warum ich und so viele andere Leute langfristig einfach so mega bullish auf Bitcoin sind. Das hier, das ist nämlich das gesamte Bitcoin-Angebot als kleine Rechtecke dargestellt, wobei jedes Rechteck für 1000 Bitcoin steht. Und hier können wir jetzt sehen, dass Börsen rund 2 Millionen Bitcoin halten. An zweiter Stelle kommen dann die Zombie-Coins. Das sind Coins, die schon ewig nicht mehr bewegt wurden und sich vermutlich auch nie wieder bewegen werden, weil sie an falsche Adressen verschickt worden sind oder die Leute ihre Passwörter etc. verloren haben. Das sind also die Coins, die man wirklich von den 21 Millionen abziehen kann. Genauso wie hier an dieser Stelle die Coins von Satoshi. Auch da gehen ja die allermeisten davon aus, dass diese nie wieder bewegt werden. Auch wenn es da einige andere Leute mit anderen Theorien gibt. Aber was meint ihr? Glaubt einer von euch, dass die irgendwann mal wieder bewegt werden? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst mir auch gerne ein Like da. Auf jeden Fall kommen dann die ETFs. Und dann der absolut größte Batzen sind natürlich diese hier im Pink. Das sind alles Bitcoin, die einfach bei irgendwelchen Leuten in unbekannten Wallets sitzen. Und dann ganz, ganz am Ende dieser winzige schwarze Teil. Das sind die restlichen 1,3 Millionen Bitcoin, die gemeint werden können. Und gerade jetzt in Zeiten, wo wir sehen, dass die Adaption von Bitcoin extrem voranschreitet, wo Politiker Krypto als zentrales Wahlkampfthema haben, wo Bitcoin-Spotted-Apps Bitcoin kaufen, wo wir kurz davor stehen, eine zweite Welle mit Pensionsfonds und Staaten zu bekommen, die Bitcoin kaufen wollen. Da sieht man, um wie wenig verbleibende Bitcoin da gekämpft werden muss. Die im Übrigen natürlich immer langsamer gemeint werden. Das ist auch einer der Gründe, weshalb dieses Stock-to-Flow-Modell auch mehr oder weniger funktioniert. Obwohl ich dazu sagen muss, dass auch wenn es funktioniert, ich die Preisprognose langfristig nicht unbedingt als allzu realistisch erachte. Wenn wir uns allerdings noch einmal ein anderes Preismodell, und zwar die Rainbow-Chart, anschauen, dann kann man dort etwas sehr Interessantes erkennen. Und zwar können wir hier sehen, dass wir über die Rainbow-Chart nach oben hin ausgebrochen sind. Beim zweiten Mal waren wir dann im roten Bereich ausgetoppt. Beim dritten Mal hier im hell-orangen Bereich. Und was man jetzt dabei beobachten kann, dass wir immer zwei Regenbogenfarben darunter ausgetoppt sind. Somit müssten wir jetzt theoretisch in diesem hellgrünen Bereich austoppen. Was uns ja je nachdem, wann wir genau austoppen, auf bis zu 250.000 Dollar pro Bitcoin bringen könnte. Jetzt habe ich leider keine Glaskugel und kann euch dementsprechend auch nicht voraussagen, ob wir die 250.000 Dollar erreichen werden oder nicht vielleicht auch schon bei den 100.000 Dollar austoppen werden. Jedoch gibt es im Moment immer mehr öffentliche Leute, die Bitcoin für sich nutzen und so den Preis nach oben treiben. Wie unser bekanntester Fall der letzten Zeit, Donald Trump. Auf jeden Fall waren das jetzt alles Langzeitaussichten. Viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, was wir denn kurzfristig erwarten können. Und da habe ich einen ganz interessanten Chart für euch mitgebracht. Vorher wollte ich euch jedoch noch diesen Chart zeigen. Und zwar können wir hier die Bullinger Bände sehen, welche im Moment sehr nah aneinander gepresst sind. Und es gab bis jetzt nur ein einziges Mal, wo sie noch weiter aneinander gepresst wurden. Und das war hier vor zwölf Jahren, wo Bitcoin bei knapp 5 Dollar lag. Und dementsprechend kann sich, denke ich, jeder von euch die Bewegung, die danach kam, sehr gut vorstellen. Und was auch noch interessant zu erwähnen ist, dass in dieser Zeit, wo die Bände immer näher ineinander gepresst werden, dass wir in dieser Zeit eine Reakkumulation sehen konnten. Denn die Menge an Bitcoin auf den Börsen hat drastisch während der letzten drei Monate um sage und schreibe 200.000 Bitcoin abgenommen. Und besonders in den letzten Wochen, wie man hier an diesem rasanten Abstieg erkennen kann. All diese Charts geben uns also meiner Meinung nach noch einmal einen richtig guten Hinweis darauf, dass das, was wir gesehen haben, nicht das Top für Bitcoin gewesen ist. Und dass wir halt lediglich noch ein bisschen länger in unserer Range traden werden. Tatsächlich habe ich euch ja aber wie versprochen heute einen Chart mitgebracht, der uns zeigt, wann der Rücksetzer für Bitcoin möglicherweise zu Ende sein könnte. Lasst uns dazu mal auf den Bitcoin-Chart springen, denn wenn ihr euch das hier mal anschaut, dann werdet ihr wahrscheinlich direkt erkennen, dass ich euch hier in relativ gleichen großen Abständen vertikale Linien eingezeichnet habe. Dabei handelt es sich jeweils um die Daten des dreifachen Hexensabbats aus dem zweiten Quartal, also im Juni. Für alle, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, was denn ein dreifacher Hexensabbat ist, nein, es ist kein altes deutsches Märchen. Auch wenn es etwas komisch schlägt, ein dreifacher Hexensabbat ist einfach immer der Tag im Quartal, an dem die drei wichtigsten Derative gleichzeitig verfallen. Also einmal die Aktienoption, die Aktienindex-Futures und die Aktienindex-Option. Normalerweise findet das immer am dritten Freitag vom dritten Monat eines Quartalschaft, also immer im März, Juni, September und Dezember, wobei wir jetzt an diesem Fall auf dem Chart nur die vom Juni eingezeichnet sind. Auf jeden Fall ist jetzt das super Interessante an der ganzen Sache, dass in 11 von 14 Fällen der dreifache Hexensabbat im Juni für Bitcoin einen lokalen Wendepunkt dargestellt hat. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass das jetzt nicht immer genau auf die Woche genau gewesen ist. Es gab auch Fälle, wo es erst zum Beispiel in der nächsten Woche soweit gewesen ist. Aber schaut euch das einfach selber mal an. Hier im Jahr 2023 zum Beispiel, da haben wir nach dem Hexensabbat einen Pump von immerhin fast 30% nach oben gehabt. Auch wenn wir am Ende immer noch in unserer Range drin geblieben sind, haben wir interessanterweise im Hexensabbat danach, also im September, unseren Ausbruch nach oben gestartet. Dann hier im Jahr 2022, direkt nach unserem FTX-Crash, haben wir hier unseren lokalen Boden gefunden. Und auch wenn es erst einmal gar nicht nach viel aussieht, vor allem nicht nach diesem Riesendamm, den wir vorher gehabt haben, aber immerhin ist Bitcoin da um 40% nach oben gepumpt. Dann hier im Jahr 2021, da haben wir tatsächlich den Boden jedoch erst eine Woche später gefunden. Und hier 2019, da hatten wir tatsächlich kein Low für Bitcoin, tatsächlich hatten wir hier ein High. Wenn ich das jetzt weiter heraus scrolle, dann kann man tatsächlich sehr gut sehen, dass wir sehr viele Hexensabbats für Bitcoin schon gehabt haben. Der nächste Hexensabbat für Bitcoin wäre auf jeden Fall jetzt am nächsten Freitag, am 21. Juni. Wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass wir wie in den allermeisten Fällen danach einen Wendepunkt gehabt haben, dann wäre es sehr gut möglich, dass wir jetzt innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen nach unten trennen und dass wir dann sehen sollten, dass wir wieder nach oben gehen. Wenn wir dann jetzt auch nochmal zu unserer Chart zurückgehen, dann passt das tatsächlich sehr gut, dass wir jetzt erstmal unsere 67.000 Dollar verloren haben und dann vermutlich unsere Fair Value Gaps hier dann noch einmal antesten könnten. Diese liegen zurzeit bei knapp 63.000 bis 64.000 und der andere liegt bei knapp 60.000 bis 62.000 Dollar. Außerdem haben wir momentan im Bereich von den 61.000 Dollar noch einmal zusätzlich den 21. Weekly EMA, der ja auch immer wieder in der Geschichte von Bitcoin ein extrem wichtiger Punkt gewesen ist und zu dem Bitcoin immer wieder mal zurückgekommen ist, um diesen anzutesten. Alleine schon letztens im April, als wir unseren letzten großen Dump gehabt haben, haben wir wirklich auf den Dollar genau dort Unterstützung gefunden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es sich hierbei um eine wöchentliche Unterstützung handelt. Das bedeutet, rein theoretisch kann der Preis mit einem WIG drunter sein und im Laufe der Woche wieder darüber schließen. Am Ende des Tages muss man einfach festhalten, dass auch wenn viele Leute momentan aufgrund dieser ewigen Seitwärtskonzidierung kapitulieren und am Kryptomarkt ansteigen, dass wirklich nichts anderes passiert, als jedes Mal in den anderen Zyklen auch. Ich weiß, zwischenzeitlich, als Bitcoin schon so früh das Allzeithoch erreicht hatte, gab es viele Theorien darüber, ob wir jetzt ein Left-Rocated-Cycle bekommen würden, also einen, der viel schneller vorbei ist als gewöhnlich. Und tatsächlich wäre das Argument auch valide. Wäre Bitcoin weiter noch umdurchgebrochen und hätte nach dem Erreichen des neuen Allzeithochs eine parabolische Rallye hingelegt, dann hätte man davon ausgehen können. Oder zumindest wäre es absolut im Bereich des Möglichen. Jetzt allerdings, durch diese Konsolidierung, hat der normale Zyklus wieder die Chance gehabt, um Bitcoin einzuholen. Wenn wir mal hier auf diese Chart schauen, dann sehen wir in der roten Box, dass es normal für Bitcoin ist, nach dem Halbing erst einmal in eine rund 160 Tage lange Reakkumulation zu gehen, um sich auf die parabolische Phase vorzubereiten. Und auch jetzt sind wir bloß wieder in dieser Reakkumulationsrange, diesmal zwischen den 60.000 und 70.000 Dollar. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, dass es im Bereich des Möglichen steht, dass wir gerade mal die Hälfte der Konsolidierung hinter uns haben. Das ist die Phase der zeitlichen Kapitulation, wo die Leute aufgrund der absoluten Langeweile und zu hoher Erwartung aus dem Kryptomarkt aussteigen und dann erst wiederkommen, wenn wir kurz vorm Top sind und dann ihr komplettes Geld wieder verlieren. Aus diesem Grund bin ich auch der Meinung, dass alles genau so verläuft, wie es eigentlich verlaufen sollte. Und natürlich die Leute, die weiter am Kryptomarkt bleiben, die nicht kapitulieren, dass das dann die Leute sein werden, die am Ende des Zyklus am meisten belohnt werden. Aber lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr von der ganzen Theorie haltet. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.